Willkommen in der E.C. Language Center's Podcast-Series. Hier teachen wir Ihnen Phrases, die in line with certain themes sind. Du wirst erst die Sprache in deiner eigenen Sprache hören, dann wird sie zweitens in Englisch repetiert. Dies gibt es eine Chance, die Phrase zu repetieren und ein bisschen Praktikation zu haben. Es gibt 10 Phrases in jedem Episode. Bei der Suche nach einer Unterkunft ist es wichtig, so viele Informationen wie möglich zu sammeln, um sicherzustellen, dass der Ort ihren Bedürfnissen und Vorlieben entspricht. Hier sind 10 Fragen, die Sie sich stellen sollten. When looking for accommodation, it's crucial to gather as much information as possible to ensure that the place suits your needs and preferences. Here are 10 questions you might consider. Wie hoch ist die monatliche Miete und werden zusätzliche Gebühren oder Kautionen verlangt? How much is the monthly rent and are there any additional fees or deposits required? How much is the monthly rent and are there any additional fees or deposits required? Sind die Nebenkosten in der Miete enthalten? Are utilities included in the rent? Are utilities included in the rent? Wie lange läuft der Mietvertrag? Gibt es Strafen für eine vorzeitige Auflösung des Mietvertrags? Welche Annehmlichkeiten sind in der Unterkunft enthalten? Wer ist für die Instandhaltung und Reparaturen zuständig? Wie schnell werden Wartungsanfragen normalerweise bearbeitet? Gibt es Sicherheitskameras, einen 24-Stunden-Wachdienst oder sichere Zugänge? Gibt es Geschäfte, Restaurants oder Parks in der Nähe? Are there stores, restaurants or parks nearby? Stehen Parkplätze zur Verfügung? Is parking available? Gibt es eine Hausordnung, Einschränkungen in Bezug auf Rauchen, Gäste oder Lärm? Are there any house rules, such as restrictions on smoking, guests or noise? If you have enjoyed this podcast, please follow us to hear more in the series. Visit www.ecenglish.com for a list of our courses.